Wollten Sie schon immer einmal wissen, was beim Sprechen und Singen im Inneren des Körpers vor sich geht? Was passiert bei der Atmung? Wie beeinflussen die Bewegungen der Stimmlippen und der Zunge den Stimmklang? Auf diese Fragen gibt Ihnen die neue DVD des Helbling Verlags Antworten, die Stimme, Einblicke in die physiologischen Vorgänge beim Singen und Sprechen. Die dynamische Magnetresonanztomographie ermöglicht Aufnahmen von den Bewegungen im Vokaltrakt und den Atembewegungen im Brustraum während des Sprechens und Singens. Stroboskopie und Hochgeschwindigkeitsaufnahmen machen darüber hinaus die Feinschwingungen der Stimmlippen sichtbar. Diese DVD behandelt Fragestellungen des alltäglichen Unterrichtens und des eigenen Sprechens und Singens. Modernste Möglichkeiten der Hightech-Medizin verhelfen in Film, Bild und Ton zu anschaulichen Einblicken. Medizinisches Vorwissen ist dafür nicht notwendig. Die physiologischen Vorgänge sind allgemein verständlich dargestellt. So entstand ein einzigartiges Lehrprogramm für alle interessierten Profis und Laien. In den 99 Clips finden Sie Videoaufnahmen vom Singen in allen Stimmgattungen von Sopran bis Bass und in verschiedenen Gesangsstilen. Klassik Poprock Musical Jodeln Oberton singen und Beatboxing Zusätzlich zeigen die Aufnahmen Personen beim Sprechen mit unterschiedlichen Emotionen und in Auftrittssituationen, zum Beispiel mit Lampenfieber. Der große Frost war, wie uns die Historiker erzählen. Einige Clips sind darüber hinaus auch den Besonderheiten des Hörens und der kinästhetischen Kontrolle beim Chor singen gewidmet. Die flexible Programmstruktur sorgt für individuelle Nutzungsmöglichkeiten. Die DVD kann dabei helfen, besser zu verstehen, wie die eigene Stimme funktioniert. Sie ermöglicht ungeahnte Einblicke in die Physiologie der Klangbildung und Klangformung. Die komplexen Vorgänge des Sprechens und Singens werden anschaulich und kompakt erklärt. Davon profitieren gleichermaßen ambitionierte Laienchorsängerinnen und Sänger wie Profis in unterschiedlichen Genres. Auch für Gesangspädagoginnen und Chorleiterinnen und Chorleiter, Musiklehrerinnen und Musiklehrer sowie Schauspielerinnen und Schauspieler stellt diese DVD eine Bereicherung für die tägliche Praxis dar. Jetzt im Buchhandel oder auf helblingverlag.de erhältlich. Die Stimme. Einblicke in die physiologischen Vorgänge beim Singen und Sprechen. Bistet begin! uses